. 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 Naiva? Was hast du um die Zeichen verloren? Ich hab schulfrei. Schulfrei? Ja. Und was soll denn bitte schön dieses Lolita-Outfit? Ganz ehrlich, komm mal runter, ich hab das gefunden. Das gehört bei der Tina. Und warum machst du deine in diesen Aufzug Fotos? Das waren doch gerade Fotos, die du gemacht hast. Ja. Und wer sollte die bekommen? Es gibt dich nichts an. Ich bin aus allen Wolken gefallen. Eigentlich hätte sie um die Zeit in der Schule sein müssen. Stattdessen steht sie in der Küche und putzt. Ich weiß nicht, was mit ihr los ist. Ich würde dir so gerne helfen, aber ich komme nicht an sie ran. Hat das wieder mit diesem Erik zu tun? Hallo? Frau Richter, hier. Ach, hallo. Kommen Sie doch bitte rein. Fräulein, ich rede mit dir. Komm ich gerade unpassend? Frau Richter, komm bitte rein. Ich komme einfach mal. Ja, ich komme einfach mal. Wer war denn hier so fleißig? Das ist meine Tuchte Anna Himra. Hallo. Wir haben gerade ganz aktuell wieder eine wunderbare Diskussion, weil man dann nämlich eigentlich um die Zeit in der Schule sein sollte. Stattdessen erwische ich sie hier in ihrem Putzwahn. Schauen Sie mal, wie das Kind aussieht. Diese Verbände an den Armen und den Händen, das ist alles von dieser Putzerei. Ich weiß nicht, der Arzt sagt, du sollst nicht putzen, damit du dich nicht noch mehr verletzt. Und was machst du? Du hörst nicht drauf. Ich bin heute bei der Familie Jackel, weil ein Alleinerziehender Papa mit seiner 14-jährigen Tochter Schwierigkeiten hat. Sie scheint wohl unter einem sehr argen Putzzwang zu leiden und dem möchte ich heute auf die Spur kommen. Ich hab dir doch gesagt, ich hab frei. Und das hast du dann einfach als Anlass genommen, dich hier aufzutakeln, zu weiß Gott was und dann noch sexy Fotos zu machen. Sind die für diesen Erik? Es geht dich nichts an. Ich gehe ja davon aus, dass sie jetzt ihren ersten Freund hat. Mhm. Okay. Einen 18-Jährigen. Ja. Der Kerl ist viel zu alt für dich. Ehrlich? Warst du nicht der, der gesagt hat, Alter spielt in Beziehungen keine Rolle? Aber der Kerl ist volljährig und macht sich an mein Kind ran. Du bist einfach faktisch noch ein Kind mit deinen 14 Jahren. Ich bin kein Kind mehr. Geht's noch? Herr Jackel kam mir extremst angespannt vor. Er war sehr unruhig, sehr verzweifelt. Und ich glaube, hier musste ich erstmal bei dem Vater anfangen, um ja, um ihn zu beruhigen, um ihn runterzuholen, um mir dann alle Informationen einzuholen. Also das fing vor ein paar Wochen an. Ja. Naima ist eigentlich, eigentlich haben wir ein super Verhältnis, das ist ja das Schlimme. Ja. Ich erkenne sie gar nicht wieder. Sie fing an zu putzen, also wirklich über die Maßen zu putzen. Am Anfang dachte ich nur, sie will einfach Ordnung machen oder so. Aber mittlerweile kommt es mir so vor, als will sie statt eine Schülerin, eine gute Schülerin, die sie war, lieber eine Hausfrau werden oder sowas. Wenn Menschen sich dazu zwingen müssen, zu putzen, etwas sauber zu halten und das nicht außer Acht lassen können, dann können wir hier von einem Putzzwang sprechen. Auf jeden Fall, egal in welchem Alter die betroffene Person ist, ist hier professionelle Hilfe erwünscht, weil etwas seelisch so sehr belastet, dass es nicht anders verarbeitet werden kann. Es ist normal, dass wir als Eltern uns Sorgen machen und dass wir natürlich direkt schon das Schlimmste mutmaßen. Ich würde ganz gerne ganz unten anfangen. Hallo! Schauen wir mal, dass Sie dabei haben, unsere Kataloge für den Ausflug fürs Wochenende. Du Süße, das ist ganz lieber, aber ich habe gerade hier, sorry, ich kann mich ja gerade nicht drüber freuen, wir haben hier gerade ein ganz anderes Problem wie damit. Diana Richter, wenn ich mich ganz kurz vorstellen darf, ja. Sie sind die Freundin? Genau, sie ist Valentina. Okay, sehr schön. Was ist denn los? Und Sie planen Wochenendausflug. Genau, ja, ein bisschen sportliche Abwechslung für uns alle. Schatz, kann ich mal ganz kurz, ich habe gerade eben Naima wieder erwischt beim Putzen und dann hat sie sich jetzt hier auch noch aufgebrezelt, wie weiß Gott wer. Ja, also, ich schätze, dass sie, weil du immer so super sexy aussiehst, was mir echt mega gefällt, aber ich glaube, dass sie echt ein schlechtes Beispiel an dir findet. Ich glaube, dass sie die einfach nacheifert. Kannst du vielleicht mit ihm gefangen und zumindest in der nächsten Zeit ein bisschen dich zurücknehmen, weil ich glaube echt, dass sie da total durchdreht gerade. Du, ich verstehe das total, aber glaubst du nicht, dass du ein bisschen übertreibst das. Ich meine, sie ist in der Pubertät, dann hat sie doch den neuen Kerl da. Sie hat keinen neuen Kerl, der will vielleicht. Die redet doch auch ständig von dem und ich meine, das ist doch ganz normal, also, aber... Ich wollte auch gerne sagen, wenn ich mal ganz kurz dachte, bin ich ja heute hier. Ich bin jetzt hier ganz dringend auf Toilette, ich komme das noch wieder hin. Valentina, die neue Freundin von Herrn Jackel, kam mir sehr aufgeschlossen, euphorisch, begeisterungsfähig und sehr sympathisch rüber. Dementsprechend habe ich es nicht erwartet, wie impulsiv sie später noch reagieren sollte. Versuchen sie wirklich einfach jetzt mal durchzuatmen. Ich will nicht sagen, dass sie übertreiben, aber dadurch verbauen sie sich die Sprache mit ihrer Tochter. Ihre Tochter hat so gar keine Zugangsmöglichkeiten mehr. Was soll das denn hier? Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Ist das der Grund, warum du die ganze Zeit keine Zeit für mich hast? Was, was, was? Ich verstehe überhaupt gar nicht, was soll ich? Jetzt gehst du doch noch hin und betrügst mich? Ich weiß überhaupt nicht, was das ist. Wo hast du das denn gefunden? Ganz ehrlich, der hing offensichtlich im Bad, als ob du den noch nie gesehen hast. Seh das Ding zum ersten Mal. Nee, das heißt nicht, ich glaube dir kein Wort, ganz ehrlich. Ich nehme mir doch immer Zeit für dich. Natürlich habe ich mit diesem Slip nichts zu tun. Ich würde Valentina nicht betrügen. Ich freue mich auf dieses gemeinsame Wochenende. Und jetzt, weiß ich nicht, steht alles auf der Kippe. Durchatmen, runterkommen. Ihre Freundin nimmt sich gerade die Auszeit, kommt auch mal runter. Naima ist oben im Zimmer. Jetzt liegt es an Ihnen. Um dem Vater die Möglichkeit zu geben, mal durchzuatmen und seine innere Ruhe finden zu können, habe ich die Chance genutzt, um das Gespräch mit Naima zu suchen. Naima? Hi. Darf ich reinkommen? Klar. Okay. Schön hast du's hier. Was machst du gerade? Hausaufgaben. Okay. Darf ich mich hier vielleicht hinsetzen? Ja. Ja. Wie geht's dir allgemein im Moment? Du hast diesen Hautausschlag, du bist so sehr, sehr putzeifrig. Hast du im Moment Probleme vielleicht in der Schule? Oder mit einem Lehrer vielleicht? Nee, ich gehe eigentlich ganz gern zur Schule. Eine andere Frage ist das. Dein Papa hat erzählt, dass die Valentina ja schon ein paar Monate, wie heißt es hier, in dieser Familie mit aufgenommen worden ist, mit deiner leiblichen Mama. Da ist alles in Ordnung? Hast du einen guten Kontakt oder ist da vielleicht gerade nicht kratzen? Nicht kratzen. Ist mit deiner Mama alles okay? Ist da alles gut? Ja. Also wir treffen uns auch manchmal und telefonieren babymäßig. Okay. Und da hast du auch das Gefühl, es ist alles in Ordnung. Alle meine Vermutungen, dass es vielleicht Stress in der Schule gibt, mit Freunden, mit Klassenkameraden, das alles konnte recht schnell ausgeschlossen werden. Und in dieser Situation kam mir dann ganz spontan auch diese Aktion des Frühjahrsputz in den Sinn, weil ich einfach wissen wollte, was sie in ihrem Leben vielleicht nicht haben mag und womit ihre Problematik zu tun haben könnte. Du putzt gerne. Ich würde gerne diesen Eimer als Grund nehmen und würde dich bitten, pack mal alles da rein, was du in deinem Leben nicht mehr haben möchtest. Gibt es vielleicht ein Fach, was du nicht gerne magst? Ich sehe da jetzt gerade den Turnbeutel. Okay. Warum nicht? Ist es von dem Fach her oder hast du mit dem Lehrer vielleicht irgendwie ein Disput? Also das ist halt nicht gerade mein Lieblingsfach, aber... Okay. Das ist in Ordnung. Ich sehe da drüben Schminke. Wie stehst du, wenn wir die Schminke als Symbol nehmen, wie stehst du mit dir selber im Reinen? Mit deinem Aussehen, wie du ankommst? Ja. Also ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meinem Aussehen. Also das kann auch bleiben. Das kann bleiben. Ja. Okay. Dann sehe ich einen Apfel. Wie steht es denn mit gesunder Ernährung? Muss jetzt nicht sein. Okay, dann pack den auch mit. Na, wie läuft es bei euch? Darf er reinkommen? Ist das in Ordnung? Ja. Ja. Wir versuchen gerade mal so ein bisschen im Leben aufzuräumen, was so weg kann. Hab schon mich schlau gemacht, dass Ton nicht so das Lieblingsfach ist, aber ich glaube, wir kennen das. Jeder hatte mal ein Fach, was einem nicht so gefallen hat. Lieblingssachen? Also das ist halt mein Lieblingskissen. Okay. Gibt es vielleicht schon jemanden, dem dein Herz gehört? Na ja, also es gibt schon so einen jungen Erik. Ja. Ja, der ist halt ganz süß und ich glaube, der findet mich halt auch ganz süß. Okay. Aber das ist alles noch ganz wurscht, deswegen gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen. Okay. Ich bin heute mit dem Verdacht eines Putzzwangs in diese Familie gekommen, konnte das aber durch eine Aktion relativ schnell ausschließen, weil hier ganz offensichtlich ganz andere Problematiken das Kind belasten. Ich merke, dass hier auf jeden Fall Stimmung ganz groß im Wanken ist und eigentlich macht sich nur jeder für den anderen Sorgen und man versucht irgendwie das Gespräch zu suchen. Jetzt ist eben eine Situation passiert, die ich ja mitbekommen habe, dass im Bad ein Slip gelegen hat. Und dummerweise scheint er nicht der Valentiner zu hören. Ich gehe aber davon aus, es sind zwei Mädels hier im Haushalt, dass er dir vielleicht gehört. Nee. Also, was soll ich denn damit? Mir gehört der nicht. Aber irgendwoher muss er ja kommen. Weißt du, was gerade da unten abgegangen ist? Valentina ist gerade abgehauen, weil sie davon ausgeht, dass ich den Slip irgendwie, dass ich sie betrüge oder was? Dass der von irgendeiner anderen Frau ist. Schatz, wenn da irgendwas ist, dann sag's mir. Ich habe nichts mit dem Slip zu tun. Verstehst du's? Dann würde ich sagen, räum die Sachen bitte erst noch mal zurück und dann machen wir mal einen Raumwechsel. Was war das? Nichts. Naima, was war das? Nichts. Als sie Sachen wieder zurückräumen sollte, ist was aus dem Mülleimer gepurzelt, was wir nicht sehen sollten. Was sie aber auch entlarvt hat, dass sie uns alle belogen hat. Hol's mal raus, bitte. Hol's mal raus. Gut, okay. Also, okay. Dessous-Versand. Okay, was soll ich dazu noch was sagen? Ähm, ich gehe davon aus, dass dort der rote Slip drin war, dass du den bestellt hast. Naima, raus mit der Sprache. Hast du was mit diesem Slip zu tun gehabt oder nicht? Ich will da jetzt nicht drüber reden. Ja, wie sich herausgestellt hat, war der Slip ja doch von meiner Tochter. Und zwar wahrscheinlich, weil sie diesen Kerl beeindrucken wollte. Ich war da schon ziemlich enttäuscht. Gar nicht mal wegen der Sache an sich, sondern dass sie mich belogen hat. Was machst du jetzt? Okay. Okay, das ist jetzt... Das scheint sie doch mehr zu berühren, als ich dachte. Ähm, okay, ich komme hinterher. Als ich gemerkt habe, dass sie sich an die Wand gestellt fühlt, hat sie einfach ihre Keksdose geschnappt und ist aus ihrem Zimmer die Treppe runter. Und wir sind dann natürlich erstmal hinterher, wobei ich mir nicht erklären konnte, warum sie die Keksdose geschnappt hat und weggelaufen ist. Das ist jetzt unsere Cookie-Time quasi. Okay. Ähm, wir haben vereinbart, dass wenn mal wieder die Gefühle so hochkochen und wenn es alles eskaliert, dass wir dann, ähm, ja, kurz Pause machen, äh, uns hinsetzen, runterkommen, naja, und dann Kekse essen. Das ist ein tolles Ritual. Das finde ich richtig gut. Ja. Gerade wenn Eltern sich trennen, ist es ganz, ganz wichtig, bestehende Rituale beizubehalten und neue Rituale zusammenzufinden. Und hier bei der Familie Jackel war es dadurch, dass Naima in eine emotionale Zwicklage geraten ist, sich die Keksdose geschnappt hat. Und der Vater dadurch wusste, okay, jetzt in dem Moment braucht Naima einfach ein, ja, ein Moment für sich durchzuatmen und dann in Ruhe das Gespräch zu suchen.